Die Pflicht ist deutlich zu hoch gegriffen. Es ist ein Spiel von für uns noch zehn Spielen. Wir haben jetzt fünf Punkte Rückstand auf einen Relegationsplatz. Stand heute, sonst ist hier immer eine Tabelle, das ist einfacher für mich. Aber meine ich jetzt gerade um die Uhrzeit nach wie vor acht Punkte auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Und haben aber jetzt auch zwei Spiele weniger, das muss man sagen. Und deshalb ist das Spiel jetzt für uns eine Riesenchance, am Montag den Abstand zu verkürzen und wirklich auch den Druck aufzubauen und die anderen absolut ins Nachdenken zu bringen. Weil dann wird diese Bedrohung für die anderen mit unserem Nachholspiel natürlich noch mal realer. Es ist kein Endspiel, das ist es definitiv nicht. Es sind noch zehn Spiele, das ist nahezu ein Drittel der Saison. Aber natürlich wissen wir auch, dass wir punkten müssen und damit sehr, sehr schnell anfangen sollten. Wir haben ja auch in den letzten Wochen schon immer wieder betont, dass es für uns diese Unterbrechung auch durchaus eine Chance zu einem Neustart sein kann. Deswegen gehen wir das auch sehr, sehr optimistisch an. Und wir haben es selbst in der Hand, auch unsere Situation zu verbessern. Ich habe ja immer meine Überzeugung in jeden einzelnen Spieler, aber auch in die komplette Mannschaft ausgedrückt, dass wir eben auch die Qualität und die Mentalität haben, um in der Liga zu bleiben. Und dabei bleibe ich auch. Vielen Dank. Vielen Dank.